So, zweiter Versuch. Wir dürfen natürlich doppelt angreifen heute. So, wir würden ganz gerne gewinnen, aber die anderen wollen natürlich auch nicht verlieren. Das ist nämlich auch was. Können wir mal auch nicht vergessen. Das ist immer das Schöne an der ganzen Sache. Wir wollen gewinnen, aber die anderen auch. Wer kommt noch nach? Wem kriegen wir noch? Haben wir schon ordentlich Truppen reinbekommen. Ah, komm, ist das entgegengefahren? Ja. Vielleicht zehn Mann dann. Das ist ja ja. Die Gegner hat wieder die höchste Überlegenheit, die es wieder gibt. Allerdings haben sie sich noch dämlicher angestellt als wir. Wir haben nämlich nur eine vor und vor geschickt. Und die gestorben ist. Ja, und dann schießt das mal alle über den Haufen. Da ist Oberst. Oberst steht im Haus. Ach, Oberst hat er nix mehr, ja. War zu hören. Ja, ich musste springen. Das ist immer der Wahnsinn. Ja, die stehen da schon wieder mit 100 Mann hinten drin. Da brauchst du gar nicht angreifen. Da brauchst du gar nicht probieren. Und dann verlagern alles nach drüben und versuchen jetzt einmal durchzukommen. Ja, und dem hat natürlich Lack gehabt. Hat alle über den Haufen schießen können. Oh, die müssen langsam wehren. Oh, die müssen langsam wehren. Lack 28 ist feindlich. Das ist hinter der Wand. Das ist einfach, ne? Ja, ich bin immer leer. Es sind immer 1000 Mann dagegen. Ich muss bald mal Tremium spielen, damit ich hier noch was gerissen kriege. Ja, meine Waffe ist grundsätzlich immer leer. Okay, die stehen natürlich da schon mit dem G42 im Anschlag. Ja, das war's. Ich will auch mal verteidigen. Wir müssen es bald irgendwann so machen, dass meine Mannschaft grundsätzlich verteidigt, weil der Gegner immer überlegen ist. Es ist eigentlich nicht mehr machbar, dass meine Mannschaft hier eine Chance hat. Das ist unmöglich. Hier wird schon gestürmt. Und grundsätzlich immer Zeitdruck. Immer Zeitdruck, weil du genau weißt, du hast keine Zeit. Hier steht vorne alleine. Bis ich da bin, ist alles vorbei. Bis dahin ist D2 weg. Jetzt stehen wir alle vorne. Mal ein Bot erschießen. Zag, 1000 Mann hier im Punkt. Jetzt ist hinter mir einer, vor mir einer. Das ist, vergiss es. Vergiss es. Da sind neun Mann im Club. Neun Stück. Neun Leute. Kein Angriff möglich. Selbst im Krieg stehen weniger Leute drin. Da sind mal drei drin. Mal vier. Das höchste der Gefühle. Der Gegner hat hier neun Mann auf dem Feld. Und von denen sind höchstens zwei Spieler. Nein. So ein bisschen. Das haben wir dann wieder gemacht. Das haben wir dann wieder gemacht. wo die jetzt herkommen keine ahnung die sind einfach da zack gerade eben nach hinten raus geguckt keiner war da drin ich um sind zwei leute hinten drin wie viele es einfach sind einfach viel zu viele gegner ja und oberst kommt immer im richtigen moment immer wenn ich nichts mehr an munition habe kein live mehr wort er mich über den haufen du guckst nach links ist keiner mehr da guckst nach links keiner mehr da ist nach vorne keiner mehr da ich renne hier spazieren keiner da ist er raus aus dem punkt gelaufen ja wo ist er hin das sieht gut drum herum geschlecht die seite wird noch gehalten wir sind ein stück besser unterwegs aber auch nicht wirklich jetzt kommt erstmal die todesbrücke jetzt kommen wir erstmal da an wo wir hin wollen der arme günter stahl habe ich gerade eben noch geettet kommt ja mit seiner kleinen pps 340 wollte ich gerade sagen mit seiner kleinen mp 34 so ich werde hier auf der brücke versuchen ein bisschen aufzuhalten ich werde hier auf der brücke schießen im getot mg tot wo ist die brücke frei wie lange noch ein headshot krieg das ist jetzt echt ein wunder war gleich kommt der gegenangriff das durfte ich ja auch mal aus der defensive schöpfen klar bin ich erster natürlich wer denn sonst niemals niemals mit zwei leuten durch die selbe tür niemals wenn die welt zusammenbricht aber niemals das aber das sind die dinge die wir brauchen dass wir müssen glück haben dass die feder machen die line völlig leer müssen die hier hinkriegen die hier schaffen rüber verlagern jetzt haben wir meinen angriff jetzt jetzt ist es mal ein offenes spiel weil die jetzt kommen müssen bei dem anderen war das so war es nicht ganz so schlimm wenn man mal ein punkt verliert ist denn jetzt so gut oder liegt sein mir dass ich jetzt besser bin wenn dann gewinnt mit lucky headshot anders kriegen was nicht hin aber das war jetzt auch 50 50 und dann gewinnt natürlich der als erstes kopfschuss machen und der war jetzt echt wichtig weil sonst hätten wir wahrscheinlich verloren das wäre jetzt ideal wenn ich den noch überfahren kriege ich umdrehen kann und den auch noch nicht kommt oberst natürlich direkt gleich wieder an keine chance ich werde natürlich direkt durch glück haben ist er bei zwei gegen einen alle wie schnell er aussteigt da muss er schon in der fahrt ausgestiegen sein feigling ich wollte ihn erstmal rammen ich meine ist egal ich habe ja ich weiß ja dass hinten noch einer steht aber dadurch dass ich gerammt war musste ich hier aussteigen ist egal gewesen das hat auch keinen flieger mit dem uns der motorrad gekämpft die rüge ich auch ihre roland holland hat sich einfach weg geduckt das sind zu viele jetzt hier brauche auch nicht mehr angreifen keiner nix machen bei sechs gegen einen eingekesselt und vernichtet weniger geworden okw kam später rein ja das ist sofort zu merken dass die zwei mann weniger auf dem feld haben aber sofort es war ja das ist immer extrem jetzt haben wir 15 minuten zeit wollen so ähnliche zeit 17 minuten da hatten wir dann mal beide drei jahres von uns das war so minute 17 also war dann wirklich mal vorne dran war das war der einzige punkt wo wir gute karten hatten das spiel zu gewinnen oder zumindest mal in die nähe kam jetzt hier ähnliche situation nur dass wir jetzt schon einen der o-punkte haben und die m2 ja habe ich nicht gesehen das ist nämlich die todes ecke da vorne den muss immer dicht haben deswegen wollte ich herunter vielleicht stelle ich jetzt einfach die ecke zu da oben zum sniper man weiß es nicht jetzt bin ich hinter ihm jetzt bin ich hinter ihm einmal am tag ihn auch mal tollen muss ja auch mal glück haben der hatte pech 2 gegen 6 roland geht rein oh es ist aber gleich wieder da das wird ihn wurmen jetzt krieg ich gleich erstmal auf den sack dafür aber wirst du machen passiert 2 gegen 6 haben wir noch lange nicht verloren ich gehe mal wieder rein draußen war so windig draußen ja die verteidigen jetzt ihren letzten punkt mit allem was wir haben die haben noch zwei die haben nur 200 das ist echt ein bisschen mies jetzt sind wir mal vorne dran und dann haben die nur 200 zum kämpfen also mal ganz im ernst weil es eben gerade haben sie eine milliarde sponsor wo sie sie nicht brauchen wo es dann mal interessant gewesen wäre wenn sie echt weniger gehabt hätten und jetzt müssen sie sich hier noch 13 minuten mit 200 spawns das wird das wird verdammt eng wenn wir das lange genug spielen ich bin hier du gibst mir keine deckung leck mich doch mit deiner kf 90 der einzige der hier noch coole tricks drauf hat m2 carabine wo ist er denn wo hat er denn irgendwie habe ich das gefühl wir sind uns gerade ich habe ihn doch gerade gehört mit seiner schwulen m2 carabine schwul ist die waffe schwul der hat bestimmt irgendwen gesucht ich glaube ich oh ich glaube ich werde mich nochmal kurz heilen nochmal kurz heilen und da monster hin wo wollten wir hin willst du machen was kopfschuss ich habe jetzt nicht geguckt jetzt einer schlechten laut ich habe nichts mehr weg laufen nein roth das hier nicht wollte weg laufen ich wollte doch nur fliehen sehr gut vorne steht das ablenkungs apc und hinten steht das richtige das ist das ist mies ein sind fast offen wir muss aber trotzdem leisten die abziehen der long halten da hat er genau gewusst ich habe jetzt abgeschossen ich habe schon ich habe jetzt sind hab nichts mehr aber wenn wir jetzt böse ausgespielt jetzt sind wir dran gleich werde ich von links erschossen immer noch ein punkt das ist der eine das der andere das der andere das der eine aber meine mg hilft mir hinten ich habe nicht gedacht dass das nicht dass er sich traut was für ein spiel wir können tatsächlich mal gewinnen und vom sniper natürlich hingerichtet was denn sonst sniping 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 immer wieder sniping das ist immer wieder ein erlebnis immer wieder sniping steht da irgendwo hier oder steht da weiter weg das werde ich jetzt merken weil ich von hinten an geschnittern werde ich habe noch mal eins mit gedrückt wieder vom sniper angeschossen jetzt sehen wir fest jetzt sehe ich wieder fest bei mir gehen die autos nie kaputt wenn ich drauf halte wo was für ein suicide spot keine war es noch drauf na hase ja herzlichen glückwunsch du sitzt da in der ecke jetzt werden wir hinten gekontert müssen wir rüber ziehen selbst spielen jetzt die wissen ganz genau dass sie jetzt nur noch gewinnen können wenn sie ganz schnell den punkt einnehmen weil die 100 von uns sind schneller weg als ne kekse wenn man um mich ist ansonsten würde das nämlich eine ganze weile noch gehen oh mit drei leuten alle kann er alle kann er nicht haben vorne ist kein mg sonst könnten sie uns hier weg putzen aber bei k98 kannst du das nämlich machen kann nämlich nicht alle kriegen was ist der drecksack oben auf dem dach oder im haus kleiner drecksack da kommt ein puma um die ecke da steht ein puma drauf scharfschütze aufgefällt da hast du da musst du skill haben da reicht nicht ein schuss da reicht nicht ein schuss jetzt hat er sich noch einen zweiten freund geholt wie schnell der auch immer da ist mit dem spawn ne ne hunderttausend mal gespawnt ne hunderttausend mal gespawnt da hast du es auch schon mal geplant richtig beschissen hier richtig beschissen hier fast hier alles klar gibt mir mal Deckung oder wir wollen es jetzt wissen drei vier leute jetzt oder nie dann kriegen sie es ja danke fürs erschießen war taktisch unklug soldat ich war am zurückziehen wenn sich jemand hinsetzt in dem punkt und sich nicht bewegt dann ist das taktisch unklug den zu abzuknallen bei der situation muss man wirklich auch mal ich weiß es ist schwer den dann nicht zu erschießen aber musst du sein lassen ist die absolute pflicht dass du dann sagst nee dass der sich zurückgeportet hat helfe ich den anderen war sie wir uns verlieren wir auf der b seite wie ist durch weil wir o1 haben müssen ich kann grad nicht gucken 400 spawns ich weiß nicht wo er ist jetzt den langen weg zurück ja es ist immer wieder jetzt wird hier gecamt leute wenn ihr das das müsste dann echt sein lassen wenn dann irgendwo in der wallachai angefangen zu kämpfen das ist echt aber schlimm weil wir müssen den punkt erobern wenn jeder anfängt um von den büschen zu kämpfen dann machen wir das auch ich krieg hier nicht abgerammt immer op puma gut jetzt fangen die anderen an unfair zu spielen dann spielen wir auch unfair und setzen uns jetzt hin und spielen die spawns runter reibt uns nichts anderes über ich müssen jetzt campen wird heute nichts mit dem ersten platz muss ich leider aufgeben weil sonst kriegen wir es nicht gewonnen jetzt sind noch noch partisanen krieg betrieben jeder versucht hier irgendwie die spawns wegzuholen die haben natürlich fahrzeuge wir haben natürlich keine mehr die haben alles was das herz begehrt aber wir haben wenigstens noch ein paar hundert spawns toll hinten angeschossen ich habe keine munition mehr ich kann nicht nachladen weil ständig einer auf mich schießt und ich jedes mal hier im nachteil bin das ist überhaupt furchtbar ne tausende milliarden von snipern da drüben wirklich milliarden dass ich da noch eine syskel für kriege weiß ich auch nicht ne ich kann nicht schießen kann ich nachladen immer hört man mich sieht man nicht bin immer der erste im punkt wird demnächst jetzt mit premium spielen weil wir sonst zu unterlegen sind bei tausend gegnern muss ich das mal ein wochenende mal durchziehen das wird mir garantiert mindestens gleich 30 kills mehr geben so ungefähr das sind 10 10 15 duelle die ich da verliere k 90 sniping k 90 sniping of demnächst der dieser der m die 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 seite t würde ich nicht raus gucken rechts oben habe ich ein danke probieren der nächste an war es nur noch 100 bei uns jetzt jetzt wird wieder jetzt wird hart gekämpft wir haben keine keine fahrzeuge also an die gewonnen sei wir kriegen es jetzt bleiben sollen aber dann hätten o1 verloren das ist egal gewesen wie wir es gemacht hätten wir haben aber noch parras ne wir haben noch 34 parras die könnten entscheidend sein das was mir immer passiert allen seiten weg gesnipert du kommst du nicht rüber vergisst es du bist du nicht mehr winkel zu spitz das ist jetzt überall es wird nur noch hinten gestanden das wird jetzt wieder ein stundenlanges spiel stundenlang wird jetzt gewartet jeder wartet jetzt auf den anderen mit fünf sechs sieben mann wird da die brücke gesichert das ist zu viel freunde das ist einfach zu viel wenn alle auf der brücke stehen der hat nur eine geworfen der hat nur noch da rum der hat nur noch da rum der hat nur noch da rum das ist da kommt der dritte sitzt man da eine ecke und kommt nicht mehr weg ich habe mir den platz ja nicht ausgesucht ja offens feld drei drüber ziehen hier ein bisschen gelände vorteil noch haben 69 jetzt kommt es darauf an wie gut die bots sind jetzt gewinnen die bots das spiel hier ein bisschen hier 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 Ja, kommt noch einer von hinten. Das ist einfach... Wow, ey. Also Krieg ist wirklich lächerlich dagegen. Also wer hier mitgespielt hat, der weiß, dass Krieg absoluter Witz ist. Also wirklich der absolute Witz schlechthin. Egal, ob da Clans spielen oder nicht. Das ist... Dagegen... Es hat gar nichts. Ja, vorne mal zwei Sekunden Deckung gehabt. Kommst du auch nicht mehr rüber. 28 Spawns. Ich glaube, ich habe auch noch einen Russenpaar an mir, was ich einen habe. So einen Schlafanzugtypen. So, die Sniper alle, ja. Kein Wunder, sonst sind drei Mann weniger. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Nachteil sein. Bei so vielen Leuten ist das nicht unbedingt ein Nachteil. Klar, wäre es besser, wenn man noch ein paar Leute hätte. Oh, die Sniper kann man auch verzichten. Ach, 90 oben. Eins gegen sechs. Ich werde jetzt erschossen. Drei gegen neun, zwölf gegen neun. Alles drin, was im Punkt stehen kann. Hier kommen nicht raus, die kommen nicht rein. Jetzt haben wir mal Lack gehabt. Lack nach. Lack nach. Wo ist man da in zwei? 15 gegen 30 Spawns. Sie gewinnen das noch. Gewinnen das noch. Weil wir angreifen müssen. Das ist unsere Verlustquote doppelt so hoch. Geil, wie gut wir uns da anstellen. Geben uns echt Mühe. Das DP-28 ist nicht von uns. Ja. Wir haben keine Kampfkraft mehr. Wir können nicht mehr. Wir haben keine Leute. Ja. Unentschieden. Unentschieden. Schlecht. Zur Zeit von der Uhr. Aber wir brauchen ewig, bis wir da vorne ankommen. Wir haben einfach null Spawns. Null Fahrzeuge. Es ist wieder ein Gejammer hier. Was ist hier oben denn noch los? So, Stimmung. Ich muss schon sagen, ich bin noch nicht taub. Ich hab da was gehört. So, wer oberste schießt, kriegt einen Preis. Der steht jetzt safe, ne? Der hat nichts mehr. Muss er auch. Der hat mir ja nicht an die Südrecht. Schuss abgeben. Rüber. Und los. Jetzt haben wir ja die ganzen Bots entgegen. Ach, komm ey. Lucky Headshot. Und das ist jetzt so wichtig. Jetzt hier jeden Dings. Und wir kommen da einfach nicht rüber, weil einfach zu wenig da ist. Ich würde auch gern mal ein Spiel gewinnen. Im Angriff. Die letzten zehn Spawns. Wer hat noch was? Wer kann noch? Wie viel ist noch da? Letzter Ansturm. Quasi. Die Plinte. Wir haben nix mehr. Wir aber auch nicht. Gibt es noch eine Möglichkeit ganz außen rum. Ich muss schon viel Glück haben. Viel Glück. Steht der Bruma hinten noch auf der langen Graben? Kann ja nix mehr haben. Jetzt einer von hinten kommt, dann... Ja, dann weiß ich auch nicht. Wenn das jetzt einer checkt, dass ich ja lang renne. Dann hat er was gewusst. Oh, der arme Oberst. Ich erschieße ihn heute. Und dann noch mit Kopfschuss. Arme Socke. Ja, Mann! Gewein, Blut geschwitzt hier. Und auch nur, weil die nicht genug Spawns hatten. Sonst hätten wir das hier locker verloren. Dass die gleich zum Anfang so wenig Spawns hatten. Sonst hätten die das nie und nimmer verloren. Die standen da hinten drin. Eisern Union, Junge. Da war nix zu machen. Dann einmal Glück gehabt. Den Obersten, den der von hinten erwischt. Aber ich hätte auch gestanden irgendwo da in der Nähe. Weil es ist die letzte Verteidigungsposition. Du lässt den Gegner einen Punkt kommen. Über die Brücke kommst du nicht rüber. Boah, war das wieder ein Spiel. Wirst du hier schon wieder Preise vergeben. Aber wer hat einen verdient? Oberst kriegt keiner. Der ist immer Erster. Untertitelung des ZDF für funk, 2017